Arschloch. So, äh, Flöte spielen. Ach, Mann, was... Flöte spielen. Hm, es ist eine Flöte. Ach, echt. Aber was sollst du darauf spielen? Ach so, ja, natürlich. Marin, 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 Marin. Ich brauche ja jetzt noch ein Lied. Bin ich doof? Ich brauche ein Lied, das ich lernen kann, damit ich spielen kann. Und dann gehen wir nochmal hierhin zurück, weil ich kann mir sogar vorstellen, dass es nicht nur eine Fee, sondern ein Herzteil ist, das man hier bekommt. Und das möchte ich ungerne auslassen. Das riecht schon nach Herzteil oder sowas. Sieht wichtig aus. Schwups. Wie lange nehmen wir schon auf? Eine halbe Stunde? Gut, das geht ja noch. Dafür machen wir ja viel. Aha. Aha. Bei dem Laden unten könnten wir auch nochmal probieren, diesen, äh, diesen Sack da zu holen, aber ich weiß immer noch nicht, wozu der gut ist. Der sieht aus wie hier dieser Sack. Also so ein, so ein magisches Pulversack, aber ganz ehrlich, so oft braucht man das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber vielleicht kann man Bomben reinpacken, wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Wenn wir dann sehen. So, Teleport. Und zu Maren gehen und ein Liedchen lernen. Schwups. Ne, ich hänge. Mann, du hast hier eine tolle Flöte. Willst du mich beim Singen begleiten? Ja, dann, ich, hallo. Oh, ich, 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 ich. Er spielt schon. Warum habe ich mein Schwert gerade draußen? Und wie gefällt sie dir, was? Sie ist doch mitreißend, oder? Achso, die Melodie. Kannst du diese merken? Ja. Endlich hast du die Ballade vom Windfisch gelernt. Sie wird in deinem Herzen weiterleben. Bitte vergiss nie dieses Lied. Oder mich. Na, selbstverständlich nicht. Alter, das kann ich ja nicht machen. So, jetzt gehen wir trotzdem erstmal wieder zurück zur Höhle. Ich möchte jetzt wissen, was da ist. So, und ansonsten fällt... Ach, schon wieder. Ansonsten fällt mir eigentlich nur noch ein... Ich weiß, dass man an einer Stelle noch die Flöte... Oh, was? Die Flöte mit dem Lied braucht. Unter Wasser. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Egal, machen wir erstmal das jetzt. So, und dann müssten wir uns irgendwann eigentlich mal darum kümmern, in den nächsten Palast zu kommen. Da sollte ich dann vielleicht mal ein Telefon benutzen, um zu wissen, was ich hier überhaupt machen muss. Wo denn der nächste Palast ist. Irgendwo in den Bergen, hat er ja gesagt. Vielleicht sagt mir das Telefon da auch nicht mehr. Irgendwo Bergen, Wasserfall. Naja. Gehen wir schon hin. Jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Höhle abchecken. Fertig. Okay. Verdammt. Nochmal mitten im Wasser spielen. Mist. Okay, wir haben nur ein Lied, das... Achso, da kann ich das Lied aussuchen. Ja, ähm... Ja, es ist vermutlich falsch. Interessiert mich. Alter, ich möchte die Flöte gar nicht haben. Ja, es ist vermutlich das falsche Lied. Wenn man davon ausgeht, dass ich hier ein Lied brauche. So, hier irgendwo war doch noch ein Angler. So ein Anglerhäuschen. Vielleicht ist es das, was ich gerade suche. Hier war es das Geisterhaus. Ähm... Ne, warte... Karte. Karte. Oh. Was haben wir denn da hinten? Achso, das ist das Truberdorf. Hier ging es... Zwergenbucht. 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 Den von Häuschen. Ich glaube, das ist falsch. Aber ich gehe trotzdem mal hin. Ah, ne, das war der ganze Schwimmquatsch, ne? Dann musste ich schwimmen. Das kann ich ja noch nicht. Dann gehen wir jetzt erst mal... Äh, ne, habe ich doch richtig, habe ich richtig. War denn das Anglerhäuschen jetzt? Gott, ich habe... Ich habe es total vergessen. Ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Äh, Anglerhäuschen, Anglerhäuschen, Anglerhäuschen. Anglerhäuschen. Ja, super. Götterhorn. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Tschüss. So, fast 600 Rubine. Das läuft doch. War der hier oben irgendwo? Ich weiß, es war irgendwo Richtung rechts latschen, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war hier, oder? Darf ich nur weitergehen? Aha. Und hier kommen wir zum Hexenhäuschen. Äh, ne, Quatsch. Zum Palast. Stimmt. Äh, verdammt. Ne, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Dann weiß ich es wirklich nicht mehr, wo das Anglerhäuschen jetzt war. Ich weiß auch nicht, ob das das ist. Ich glaube fast, dass es das war, wo man den... Äh, wo man die Flöte braucht mit dem Lied hier. So, aber hier gab es doch auch noch irgendwo eins, oder? Hier hoch. Hier gab es auch noch einen Angler, genau. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Ja, komm mal, angel mal. Fein. Mit dem Steuerkreuz links und rechts und den Knöpfen kannst du bestimmen, wo die Schnur im Wasser landen soll. Mit den A und B Knöpfen kannst du die Schnur dann... Fuh. Im Wasser bewegen. Äh, hat endlich einen Fisch angebissen. Holst du ihn raus, indem du schnell die Knöpfe drückst. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Das ist gerade ein Installer angegangen. Von einem Spiel, das ich euch nicht zeigen durfte. So, ich will den... Nein, 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 nein. Ich will den großen Fisch. Geh weg, geh weg, du blödes, kleines Nachmenu. Komm her, du blödes Vieh. Hallö, danke. Das ist aber ein kleiner, für den bekommst du nur 5 Rubine. Willst du noch einmal? Ja, komm, lass. Ja, ja, ich weiß, wie das geht. Du hast mir das schon mal erklärt. Ja, ich weiß. Ach, fuu. Ja, hol mal einfach alle Fische raus jetzt. Das geht zwar auf Geld, aber, ja, was soll's. Vielleicht bekommen wir ja was, wenn man alle Fische rausholt. Und momentan haben wir ja genug Geld. Wir bräuchten zwar viel mehr Geld, um die Schaufel zu bezahlen, aber... Quatsch, die Schaufel, den Bogen, aber, naja. Das wird sich so oder so zusammenleppern. So, jetzt krieg ich doch den Dicken hier, oder? Na bitte, geh doch. Ich hab nen Dicken an der Angel. Dicken, dicken, dicken Fisch hier. Dicken, dicken Titte hier. Ja, komm. Jawoll. Wow, das ist ja ein dicker Brocken. Dafür gebe ich dir 20 Rubine. Nochmal. Damit hätten wir jetzt ausgeglichen, was wir verloren haben. Aber es ist wurscht. Ist wurscht. Wir machen jetzt einmal einen richtigen Angelkurs mit allem drum und dran und dann... ...dann sehen wir weiter. So. Den haben wir auch. Ich weiß noch nicht, wie ich den Fisch da ganz am Rand bekomme. So. Ja, ja. Nochmal. So, wie bekomme ich den ganz am Rand? Na, ja, ja. Och, das ist doof, dass ihr mir das jedes Mal sagt. Dankeschön. So, ich möchte ganz nach hinten. Mann, oh. Das hat ja super funktioniert. So. Na, komm. Ein bisschen näher noch. Nee, 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 nee. Ich kann nicht näher, kann das sein? Sieht ja, wie so aus, als könnte ich nicht mehr näher ran. Ja, komm, jawoll. Hab ich dich. Oh, ein großer und ein Herzteil hat er auch noch dabei. Außerdem bekommst du noch 20 Rubine dafür. Noch einmal. Ja, jetzt sind keine Fische mehr da. Nein. Oder ja. Im Teich gibt es keine Fische mehr. Willst du es jetzt am Meer versuchen? Äh, ja, natürlich. Hab ich wirklich mehr gesagt? Das war wohl ein Versehen. Ciao. Gut, okay. Ich dachte schon gerade. Super, wir haben ein Herzteil bekommen. Das ist doch schon mal was. Okay. Was ist eigentlich da oben? Gar nichts. Gut. Super. Und wir haben 600 Rubine. Das hat nicht viel Rubine gebracht, aber immerhin. Bisschen was haben wir erledigt. So. Und jetzt sollen wir irgendwo in die Berge. Und. Ja. Die Berge halt, ne? Wenn wir einen Wasserfall finden. So, du. Uah, Zombies. Ne, 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 ne. Ach ja, hier war ja was. Friedhof, Orangasteppe. Warte mal. Bei Friedhof fällt mir nämlich gerade was ein. Wo bist du? 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 Ach, ne, Quatsch. Den hab ich ja gar nicht hier gefunden. Den hab ich woanders gefunden. Gut. Egal. Weiter hoch. Aha, aha. Da können wir raus. Da können wir nicht raus. Und nach oben können wir auch raus. Uah. Blöde Vögel. Hier sind die Tal-Tal-Höhlen. Rechter Hand. Der Fotoladen. Der Fotoladen. Ja, man wollte mich ja... Uah. Nicht spoilern in den, ähm... Ach, hier ist die Hütte, die ich eben gesucht hab. Moment, dann muss ich das grad mal... Ach, die Mäusehütte ist das. Hallo, ich heiße Geierwolli. Und ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher an... Anmachen wird. Zahlst du mir 42 Rubine für mein Geheimnis, hm? Ja, mein Gott, verzeihst. Okay, Süßer, du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir mein geheime Medizin. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Als Geschenk dieses Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Dankeschön. Und wir haben... Äh, ja, den Trank. Cool. Vielen Dank. Für Trank. So, was gab's hier? Gar nix, ne? Aber das war... Oh. Das war die Hütte, die ich gesucht hab. Haben wir das ja geklärt? So, hier geht's hierhin. Wo komm ich denn hier eigentlich? Ach so, da komm ich da hin. Okay. Gut, dann jetzt weiter nach oben durch den Wald. Und zu den Tal-Tal-Steppen. Nee, Ebene. Dann. Tal-Tal-Ebene halt. Wie heißt das? Tal-Tal-Höhen. Ach so. Nee. Nee. So, Fotoland. Man wollte mich ja nicht spoilern. Da war ich übrigens eben. Äh, und zwar das hier. Wenn ich das hier unten mal einblende. Das ist 0 von 12. Das sind Fotos. Das ist neu bei der DX-Version. Guten Tag. Ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Ja, bitte. Stelle dich auf den Teppich und lächle. Das kann Link besonders gut. Lächeln hat ja schon immer ganz fett. Ich nenne es ein wahrer Held. Bitte lächeln. Hat er toll gemacht. Wie heißt du, mein Junge? Schnu? Super. Hier ist dein Album, Schnu. Schau hinein, bevor du gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. Die Abenteuer von Schnu. Möchtest du ins Album schauen? Ja, möchte ich. Möchtest du ein Foto anschauen? Wähle es mit Steuerkreuz aus und drücke den A-Knopf. Das hier. Oh, wow. Sehen wir cool aus. Und wir könnten es drucken, wenn wir einen Gameboy-Drucker hätten. Und das haben wir nicht. Und jetzt müssen wir eins von zwölf haben, oder? Ja, eins von zwölf im Fotobuch. Das bedeutet... Warte mal. Ich habe doch gar keine Kamera, du elf. Wie soll ich denn Fotos machen? Nö, ich habe keine Kamera. Ja, wenn wir selber Fotos machen, geht dann schlecht. Elf Bilder passen noch ins Album. Was soll ich fotografieren? Äh, blä, 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 keine Ahnung. Tschüss. Egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Nettes extra, vielleicht gibt es ein Herzteil dafür, oder sowas. Ich weiß es nicht. So, gehen wir jetzt weiter hoch. Aha. Ah, das ist doch die Höhle, die ich gefunden habe, um den Hund zu befreien, glaube ich. Tamaransberg, oder sowas. Und Schleimsumpf. Schleimsumpf? Schleimsumpf? Nee, brauchen wir nicht mehr, ne? Schleimsumpf brauchen wir nicht mehr. Warte mal, wozu ist der Stein? Schade. Da geht es weiter hoch. Ich schaue mich noch um. Da geht es auch hoch. Okay. Und hier? Mehr. Ja.